Jetzt gibt es auch in Parchim ein Stolle-Sanitätshaus. Der Standort wurde am 1. Dezember feierlich eröffnet. Erste neugierige Kunden wurden begrüßt und durch die Räumlichkeiten geführt. Mit 140 Quadratmetern gehört der Standort in Parchim zu den größten des Unternehmens. Zahlreiche Produkte namhafter Hersteller werden hier angeboten. Wir haben Produkte von Kompressionsstrümpfen, phlebologisch, lymphologisch bis G-Stücke. Thema Brust, wir haben unser Bruststudio hier, was uns sehr stolz macht. Wir sind das einzige Bruststudio hier in Parchim. Und wir haben Rollatoren, Einlagen haben wir, Bandagen von Standard bis Premium-Produkten. Also wir sind sehr vielfaltig, also es ist echt eine Menge. Die Filiale hat eine zentrale Lage. Bereits seit längerem werden Pflegedienste in der Kreisstadt betreut. Jetzt ist zusätzlich ein Sanitätshaus mit Beratung vor Ort für die Kunden da. Das heißt, wir haben einen relativ kurzen Dienstweg, wenn jemand oder ein Kunde in die Filiale kommt. Werden wir als Außendienst auch informiert und können relativ schnell agieren auch. Und sind halt auch präsent jetzt hier im Parchim, was wir vorher auch hatten. Zwar nur im Außendienst, direkt keine Filiale und so können wir jetzt alles komplett abdecken. Das heißt, wenn jemand irgendwo das hier beim Arzt ist, beim Hausarzt ein Rezept hat, ob das Kompressionsstrümpfe sind oder Rollatoren, haben die relativ dicht bei die Filiale hier und können sich dann schnellstmöglich um eine Versorgung kümmern. Besonders stolz ist das Stolle-Team auf das Bruststudio. Hier werden Kundinnen beispielsweise nach einer Brust-OP beraten und mit sogenannten Epithesen ausgestattet. Die Stolle-Filiale ist das einzige Sanitätshaus in Parchim mit diesem Angebot. Es kommen auch Kunden rein, die dann natürlich sehr emotional sind. Da muss man wirklich feinfühlig rangehen. Und es macht einen mega glücklich und ein gutes Gefühl, wenn die Patienten wieder hier rausgehen mit einem strahlenden Lächeln und sagen, so, ich fühle mich wieder wie neu. Und es ist halt eine Lebensqualität, die man den Patienten bieten kann. Und das macht uns natürlich sehr stolz, um das hier im Parchim jetzt eröffnet zu haben. Zwei Mitarbeiterinnen sind in der Parchim-Filiale beschäftigt. Das Personal ist geschult und geht besonders einfühlsam auf die Wünsche und Probleme der Kunden ein. Individuelle Beratung zu Einlagen über Bandagen bis hin zur lymphologischen Versorgung gehören zum Leistungsspektrum des Stolle-Teams. Wir gehen auf die Kunden ein. Wir fragen auch, ob es schon im Vorfeld Probleme gab. Also es ist hier nicht nur laufende Bandarbeit, aber wir sind wirklich emotional auch bei den Kunden bei und versuchen sie wieder aufzupäppeln und hier wieder Freudenstrahlen rauszugehen. Viele Kunden auch, die Schmerzen haben. Man muss da wirklich mit Feinfühligkeit rangehen, egal was für ein Thema das ist. Und dafür braucht man wirklich fachrechtes, gutes Personal und das haben wir. Das Sanitätshaus hat montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Am Mittwoch von 8 bis 16 Uhr und freitags bis 15 Uhr. Kunden sind eingeladen, sich bei einem persönlichen Gespräch vor Ort zu informieren. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.stolle-ot.de